Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play das Schwarze Auge, Satinas Ketten. Wir sind jetzt hier bei der Königin vom Feenreich und haben drei Aufgaben gestellt bekommen. Wir sollen einen Apfel aus dem Garten holen, eine lebensgroße Statue in sechs Regenbogenfarben erstellen oder so und eben die Statue, die blinde Statue des Allbesehenden oder so oder Allhörenden dazu bringen sie anzusehen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ach diese Statue, okay jetzt schauen wir erstmal was wir da machen können. Was ist das? Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Apfelbaum. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Ich komme nicht ran. Ja und es sollen nämlich drei unmögliche Aufgaben sein, die ich aber meistern kann, wenn es denn mein Schicksal ist, in meine Welt zurückzukehren, weil das Schicksal niemals fehlschlägt. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Ja, aus dieser hier. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Dann vielleicht aus der. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt... Der Wind... Ja, irgendeine müsste es dir sagen, dass er aus der Richtung kommt. Und riecht... Was? Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung. Und riecht verbrannt. Okay. Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin. Wenn überhaupt. Ach Gottchen. Ich sag nicht, dass das hier dadurch auch diese Welt manipulieren konnte. Ich gucke. Wurz. Wurz. Weiß auch nicht. Ich glaube. Das schaffe. Da brauche. Lässt sich. Ich spiel. Okay. Also hier können wir erstmal nichts machen. Wobei. Da kommen wir wahrscheinlich nicht dran, ne? Doch. Wie? Ach so. Okay. Die Muschel flüstert etwas. Fortan seien Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmer mehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Interessant. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Die ist wahrscheinlich aus der anderen Seite rein. Ja. Kann ich da... Ach nö. Solche Räume. Ach nö. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Hm. Das ist gar kein Bild. Sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Hm. Das... Wozu soll so... Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwinlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Ich sag hier einfach mal alles ein... Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Ja, er hat auch keine Ohren mehr. Deswegen kann er dich auch nicht mal mehr hören. Du hast ihm gerade die Ohren erst geklaut mal. Leer. Jetzt ist es plötzlich ganz flach. Ja, weil ich das Bild gedreht hab, ne? Das muss man sich jetzt halt wirklich dreidimensional vorstellen. Okay, hier bringt mich das auch nichts. Ah. Der Brunnen müsste genau drüber liegen. Ach was. Das kann ich... Das kann ich... Natürlich... Ich glaub... Mein... Mein... Kann ich da... Das überstehen lassen? Nee. Ähm... Okay. Hallo, Pfau. Hallo. Kannst du sprechen? Wie? Diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron. Ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange? So, so. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein Pfau. Der Ur-Pfau, um genau zu sein. Pavauris ist mein Name. Also rufst du die Stunden aus? Nein. Mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ach so. Ja. Möchtest du etwas Bestimmtes? Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen. Aber ganz besonders für die Zeit. Vermisst du deine Augen nicht? Nein, ich habe doch Ohren. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Woran merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Musst du als Ohrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Das Augenwesen, das Eier versteinert und das Urwesen, das keine Augen hat. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Ach so. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr? Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ach so. Dann störe ich nicht länger. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ein schöner Duft also. Hm. Er ist festgefroren. Dabei ist es hier nicht mal kalt. Wozu? Es gibt nichts Nutzloseres als abgebrochene Eiszapfen. Ist doch heil. Ich schneide nicht wild herum. Wieso denn nicht? Ich schneide schon zu oft mit dem Feuer. Feuer, so mag sein. Das ist kein Wärter. Ach, das für mein Kopf. Er ist fett dabei. Ist es? Was ist denn das letzte? Eine Stange? Ähm. Geh mal da rein. Da geht. Ach, warte mal, warte mal. Ich hab den Kristall links rausgenommen. Dann könnte ich ihn rechts einfügen, ne? Und schon hab ich ihn in Gang. Eine Treppe? Oder ein Regenbogen? Oder beides? Eine Treppe? Was zum... Ja. Speer. Hallo, Fisch. Wisst du wohl nur eine ganz normale Statue? Erstaunlich. Kann ich diesen Kristall mitnehmen? Bringt mir das irgendwas? Es ist flach. So kann ich... Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Leer. Ja, dann füll's. Na, dann kann ich erst hier runter. Und... äh... Kann ich... da den Farbstein reinbringen? Und bringt mir das jetzt, äh... den Garten richtig rum? Ah. Das sind schon mal jetzt Farben eingekehrt. Äh... hier vielleicht auch. Ja, okay. Und das Wasser fließt. Das Wasser fließt! Und ich... Ach so. Das bringt mich gar nicht in den Raum. Nee. Aber, äh... Das Wasser fließt! Keine Zeit mich zu waschen. Das lässt... Ob es nun... Das verbrenne ich nicht. Das ist... Feuer sollte... Feuer... Das soll... Ich... 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 Okay. Keine Zeit... Weg, komm... So wird... Nichts... Okay, okay, Olo... Äh, Leute, ich hab, äh... Also hier Farbe reingebracht. Hm. Die Frage ist, ist nur... Was auch nicht... Ich glaub... Natür... Wurz... Nichts... Keine... Keine Zeit für sowas. Und ich brauch irgendwoher schöne Gerüche. Die Muschel flüstert etwas fortan, sah die Bill auch der... Der Besefertwürdige. Was soll Becken? Keine Zeit... Was weiß denn die Wache, bitte? Der große Kopf dort oben. Ist das der Vogelmann? Es war eine heilige Ehre für unsere Zeit. Der Weber des Schicksals war in unsere Welt eingekehrt, um sich uns zu offenbaren. Die Statue wurde bald nach seiner Ankunft errichtet. Die Königin hat alle anderen Statuen entfernen lassen, auf dass diese die einzige sei. Zu bestimmten Zeiten ist der Kopf sogar begehbar. Aber im Inneren wird gerade ein Gemälde fertiggestellt. Da ist jetzt alles voller Farbe. Okay. Erzähl mir mehr über euren Gott. Den Herrn aller Feen und allen Seins? Er ist der Meister des Geschicks. Sein Wohlgefallen erregt der ungebundene Geist. Er ist Gebieter über Raum und Gestalt. Und alles, was sein kann, gefällt ihm. Denn frei ist, was alles sein kann. Eine Fee hat mir erzählt, der Vogelmann hätte ein buntes Gefieder und dass sein Flötenspiel die Herzen mit Fernweh erfüllt. Dann ist sie eine Ketzerin. Wo ist der Vogelmann jetzt? Vor einigen Wintern hat er seine Priester berufen und mit ihnen unsere Welt verlassen. Doch unsere Königin deutet weiterhin die Visionen des Vogelmanns, auf das wir einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Vor einigen Wintern? Gewiss. Gibt es noch einen anderen Weg in die Traumgemächer? Einen anderen als über die Königin? Nur sie hat den Schlüssel für den Wegsockel zu den Traumgemächern. Und jetzt still! Sonst werden wir an das Ende des Nebels gebracht. Was ist das Ende des Nebels? Der Ort, an den sie verbannt werden. Meine Freunde, Brüder, wenn sie die neuen Gesetze der Königin missachten. Der Tod ist die Gnade, aber das Ende des Nebels ist Gericht. Hm. Warum hat die Königin neue Gesetze erlassen? Damit die dunkle Zukunft in den Visionen, die uns der Vogelmann offenbart hat, nicht wahr wird, hat unsere weise Königin Gesetze erlassen, die der Sicherheit und Reinheit unseres Reiches dienen und deren Nicht-Einhaltung mit Verbannung oder Tod bestraft wird. Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nayrutneva verteilt. Was sind das für Visionen, von denen du gesprochen hast? Sie warnen uns vor der Zukunft. Der Vogelmann schenkte sie uns. Mit dem Spiel der Harfe. Der Harfe? Schweig! Ich habe schon zu viel gesagt. Was befindet sich eigentlich in den Traumgemächern? Die Traumweberin. Ihre Musik hilft uns Feen, ein freies Leben zu führen. Frei? Wovon? Von Sorgen und Ängsten. Nur allein die Königin darf die Traumweberin noch besuchen. Der Statuenkopf ist begehbar, sagtest du? Ja. Aber wie gesagt, dort wird gerade gemalt. Achte die Gesetze. Ja, ja, kein Ding. Kriegt man schon hin. Kriegt man schon hin, kriegt man schon hin. Das ist kein Ding für einen King. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Schon kaputt. Ich bin froh, dass es kaputt ist. Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Aber wie soll ich mit geschlossenem Auge danach suchen? Oh. Was würde denn passieren, wenn du doch dein Auge öffnest? Nein, niemals. Sobald ich nur mein Kukoskop sehe, beginnt alles wieder von vorn. Dein Kukoskop? Ist das dieses Gerät da drüben? Es war ein Geburtstagsgeschenk von der Königin. Mama wollte nicht, dass ich es bekomme. Jetzt ist sie fort. Auf dem Kukoskop steht, wer pflegt mit Neugier hier zu starren, lässt Angestarrtes bald erstarren. Und ich bin doch so neugierig. In der anderen Welt läuft die Zeit so schnell. Da passiert so viel. Aber jetzt habe ich genug davon. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Äh, dunkelvoll... Man hat eine schöne Aussicht über das ganze Feenreich. Das ganze Feenreich? Oh nein, da kann ich mein Auge doch nicht geschlossen halten. Niemals. Wie... Das ist natürlich dunkel. Es ist ganz dunkel. Wie dunkel. So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Für ewig? Und wovon soll ich träumen? Du könntest von dem Gerät träumen, durch das du immer geguckt hast. Niemals. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nicht einmal im Traum. Ich habe da... Wie... Der ist dunkel. Wie dunkel. Leere Augenhöhle. Oh, da ist... Ja, und... Und... Aber was... Du könntest die Zeit umkrankten. Du verrangst die Ewigkeit in Gram und Dunkelheit, wie du es wolltest. Ja, aber jetzt, wo es soweit ist, bekomme ich Angst davor. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst die Zeit dort auch anders verbringen. Ach ja? Du kannst da schlafen und träumen. Träum und wuff. Äh... Vom Geburtstag. Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken. Mit Unzählen. Ui, bitte. Na, alles los. Haben wir es geschafft. Zack. Ich weiß nur noch nicht, wo dieser Platz ist. Hehehehe. 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 Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse sein? Krägtest du den Pfau geben? Willst du dich mit deinem Ohrenfreund unterhalten, Augenwiesen? Nein, nein. Das Auge bleibt zu. Hm. Ich habe jetzt also ein Ohrenwesen. Äh, ein Augenwesen. Entschuldigung. Das Augenwesen muss ich in die Statue bringen, vermutlich. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Kommt mir vor, als... Dieser Brunnen... Der Brunnen kommt dir bekannt vor. Das heißt, warte mal. Wenn ich das umdrehe, dann dreht sich der Raum mit dem Apfelbaum. Ja. Und wenn sich der Raum mit dem Apfelbaum dreht, dann führt da vielleicht der Brunnen hin? Zu weit weg. Zu weit weg. Damit kann... Aber damit lässt sich der... Die Fenster... Natürlich... Natürlich... Achso, kann ich vielleicht das hier rein? Ich muss da... Vielleicht... Oder den hier rein? Das ist völlig... Aber ein guter Vogelfänger passt sich an seine Umgebung an. Das heißt, das hat funktioniert. Gut. Das heißt, jetzt kann ich damit den Honig auffangen? Und aus dem Brunnen fließt wenigstens mit dem Golden... Ja, okay, äh... Die Bienen summen, als wären sie nie im Winterschlaf gewesen. Was kann ich jetzt also mit dem Honig machen? Das ist die Frage, Leute. Aber ich würde sagen, diese Frage beantworten wir im nächsten Part. Wenn es wieder heißt... Let's Play, Satina's Ketten... Oh Gott, der Part ist schon wieder viel zu lang geworden. Aber ich bin viel zu neugierig, wie es jetzt weitergeht. Ich... Boah, ich will jetzt einfach nicht aufhören, ehrlich gesagt. Schaut mal, das Wasser fließt hoch. Mhm. Auf jeden Fall würde ich sagen, was das ist wirklich für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es denn wieder heißt... Let's Play, das schwarze Auge, Satina's Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Wo ist das sein? Äh, ah. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die dem Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitz Zedwig der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit.